So, da sind wir wieder mit einem kleinen FC-Tratsch, Talk, News, was auch immer. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute mit, ja, ein paar verschiedenen Themen. Wir reden ein bisschen über Abstiegskampf und gehen mal der Frage nach, ob man das überhaupt noch so nennen kann. Ich habe da mal die ein oder andere Tabelle rausgesucht und dann, the one and only, Max Finkräver habe ich auf der Karte liegen. Ja, da seine Leistung nochmal untermauert mit der ein oder anderen Statistik, Statement und so weiter. Das eine oder andere war schon zu lesen, anderes habe ich aber selber nochmal rausgesucht. Das wollte ich gerne mal zeigen und im dritten Teil reden wir dann, wie ich jetzt gelernt habe, über Dejan, nicht Dejan, Jubicic. Das war ganz lustig, ich habe mich heute, vielleicht kennt ihr ihn auch, den lieben Leo von Benet Trömmelsche, dem Kanal. Der hat ja serbische Wurzeln und das war ganz lustig, wir haben uns heute über Jubicic unterhalten und ich sage die ganze Zeit, wie nennst du den, Dejan? Ich dachte, er heißt Dejan und er sagt, ja, er heißt Dejan, Jubicic. Er sagt ja zu mir, ja, ich habe aber die ganze Zeit nichts gesagt, ich will er jetzt hier auch nicht klugscheißen und so. Aber mir wurde dann klar, ja, toll, habe ich ihn die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Schade über meinen Haupt. Naja, ist ja auch egal. Liebe Grüße an den Leo, an den Lieben. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Abstiegskampf. Wenn man so will, wir sind ja jetzt fürs erste Sechzehnter, weil Mainz ja noch ein Spiel weniger hat, beziehungsweise noch ein Spiel offen hat gegen Union Berlin. Und die Frage ist ja, kann man das überhaupt noch Abstiegskampf nennen? Weil ja Mannschaften wie Bochum ja auch schon acht Punkte weg sind. Und ich gucke ja jetzt seit 25 Jahren ungefähr oder 26 Jahren Fußball. So 97, 98 bin ich ja so Fan geworden und konnte dann eben bewusst mein Hirn einsetzen und Fußball verfolgen. Ja, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt habe, weil der Abstiegskampf ja immer als das galt, was besonders spannend war bis zum Ende. Aber ich will euch mal was zeigen. Ich kann ja gerne mal hier umschalten. Wenn man jetzt mal schaut, das ist jetzt hier, genau, das ist jetzt die aktuelle Tabelle. Also jetzt, nach 19 Spielen, wir mit zwölf Punkten und dann hast du ja oben schon Bochum, Augsburg, die acht, beziehungsweise schon neun Punkte weg sind. Und je nachdem, was Union und Mainz dann machen, kann es sein, wenn Union gewinnt, sind die auch acht Punkte weg. Also es sieht fast schon aus und das nach dem 19. Spieltag, als würde es zwischen Köln, Mainz und Darmstadt bloß noch darum gehen, wer diesen Relegationsplatz bekommt und wer direkt absteigt und alle anderen irgendwie so mehr oder weniger schon fast safe sind. Also ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal so klar und so deutlich zu so einem frühen Zeitpunkt erlebt habe. Dann bin ich mal ein bisschen zurückgegangen, wenn man hier zum Beispiel schaut, 20, 21 nach 19 Spielen, da hatte der 16. schon 17 Punkte. Ja, Mainz hatte ja damals diesen Mega One unter Bo Svensson noch hingelegt, ne. Und das war dann trotzdem alles eng beieinander bis Platz 11. 21, 22, da hatte der 16. schon 18 Punkte, ja. Und auch hier bis Platz 11 alles sehr, sehr eng beieinander, ja. Und in der letzten Saison hatte der 16. immerhin schon 16 Punkte, aber auch hier alles sehr eng beieinander. Und in dieser Saison gerade mal 12 mit uns, ja. Und hier hast du dann schon 20, also schon acht Punkte weg. Hat mich mal interessiert, habe ich mir mal angeschaut, wirklich krass, ne. Also wahrscheinlich geht es tatsächlich nur noch um den Relegationsplatz. Und es kann auch tatsächlich so sein, weil ich ja letzte Woche mal so eine Rechnung gemacht habe, was es braucht, um noch auf 34 Punkte zu kommen. Dass du wirklich historisch wenig Punkte benötigen könntest, um am Ende diesen Platz 16 zu bekommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, statt jetzt Platz 16 würde ich sofort mit Kusshand unterschreiben, ne. Ich sage euch ganz ehrlich, ohne Scheiß, ne. Das ist nochmal so als kleinen Funfact hier. Wirklich krass, ja. War mir gar nicht so bewusst, ne. So, dann Max Finggräbe. Und da geht mir das Herz auf, ne. Wirklich, das klingt immer so kitschig, wenn man das so sagt, aber ich habe mich in den Jungen einfach verliebt, ne. Das muss ich mal ganz klar so sagen, ne. Der ist jetzt erstmal in der Elf des Spieltags, ne. Ich kann das gerade nochmal umschalten, zack. Hier vom Kicker, ne, als linker Verteidiger. Finggräbe, Elf des Spieltags. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und mit der Note 2,0 übrigens. Und einfach mal so ein paar Stats von Max Finggräbe aus dem Wolfsburg-Spiel. Also, der hatte eine 82-prozentige Zweikampfquote am Boden. 9 von 11 gewonnen. 100% Luftzweikämpfe, 2 von 2. 100% in der Kategorie Ballabnahmen, ja. 7 von 7. 75% erfolgreiche lange Bälle und 76 Ballkontakte hat er gehabt, ne. Und ich finde, auch neben der Statistik, wenn man ihn so sieht, dass der halt auch schon für jemanden, der gerade mal 19 ist, der gerade so seine ersten Gehversuche in der Bundesliga oder bei den Profis überhaupt macht, finde ich echt krass, dass der so eine, schon jetzt schon so eine Körperlichkeit mitbringt, ne. So eine gewisse Robustheit. Man sieht das auch immer wieder in den Zweikämpfen. Den kriegst du nicht so leicht weggedrückt oder weggekocht. Und wenn das mal passiert, ist er dann aber sofort wieder da. Ja, was schon außergewöhnlich ist, weil du hast ja häufig junge Spieler, die dann hochkommen, die so gewisse Fähigkeiten mitbringen. Aber wie bei Justin Dill zum Beispiel, da fehlt es dann immer noch so ein bisschen an dieser Körperlichkeit, so ein bisschen an der Physis, die dann erst später dann kommt, ne. Aber bei Max Finkräve ist das mit seinen 19 Jahren echt schon ausgeprägt, wie ich finde, dass man so, was ich so mit dem Auge wahrnehme, ich jetzt mal fernab von den Statistiken, also absolut beeindruckend. Und ja, da geht mir wirklich das Herz auf und zu seiner Monstergrätsche gegen Paredes sagte er, ich bin volles Risiko gegangen, denn ein Punkt ist besser als kein Punkt. Und zur Gesamtsituation sagte er, ich habe das noch gar nicht so realisiert, das ist wahnsinnig, davon träumt man und ich darf das aktuelle Leben, dafür bin ich unheimlich dankbar, sagt Max Finkräve. Und ja, alleine wenn man das schon hört, sehr bescheiden, sehr bodenständig und hoffe, dass wir noch lange, lange und viel Freude an ihm werden und wirklich toller Junge. Und das ist doch genau das, was wir uns alle als Fans wünschen, das ist doch einfach das Geilste, was es gibt, ne. Das mal zu Max Finkräve. Dann reden wir noch kurz über Dejan Jubecic. Und das soll jetzt kein Draufhauen sein oder so, weil das ist ja auch ein Spieler, den ich ja eigentlich auch sehr gerne mag, ne. Und auch irgendwie so ins Herz geschlossen habe, gerade aufgrund seiner ersten zwei Jahre bei uns. Aber bei ihm ist es ja so, dass er schon die ganze Saison seiner Form hinterherläuft, ne. Also das beste Spiel war das erste Spiel in Dortmund, da war er noch richtig stark. Und seitdem irgendwie läuft der Form hinterher, hat auch null Torbeteiligungen. Und wenn man jetzt auch mal guckt, wie denn so die Benotungen auf die gesamte Saison gesehen so waren in der letzten Saison, da hat er noch einen Notendurchschnitt, gesamt von 3,38, ne. Jetzt muss man das natürlich mit anderen Spielern vergleichen, ne, weil wir sind ja in der Gesamtheit einfach schlechter geworden, spielen eine deutlich schwächere Saison. Deswegen könnte man ja jetzt sagen, ja gut, Pierre, dann kannst du ja jeden anderen Spieler auch nehmen. Deswegen habe ich das mal mit anderen Mittelfeldspielern bei uns verglichen. Ich habe alle mit reingenommen, weil ja Jubecic auch jemand ist, der vielseitig einsetzbar ist und vielseitig auch eingesetzt wurde. Ob auf der 6, rechts, links oder wo auch immer, ne. Ja, und Jubecic hatte in der letzten Saison noch einen Notendurchschnitt von 3,38 und war dann, verglichen mit allen anderen Mittelfeldspielern beim FC, unter den Top 3 nach Skiri und Kainz. Ja, und Skiri ist ja dann gewechselt, also von denen, die übrig geblieben sind, Top 2 Mittelfeldspieler, auch statistisch gesehen, beim FC. Und dann hat man ja so gedacht oder erwartet, jetzt in der neuen Saison, dass Jubecic schon so einer, ja, so ein Schlüsselspieler ist. So ein, ja, wichtiger Bestandteil, der auch den Unterschied macht, so einer der besseren Spieler beim FC. Wisst ihr, was ich meine? So, und in dieser Saison ist es so, dass er einen Notendurchschnitt hat von 4,19 und das ist nach Ali Du der schlechteste Wert aller Mittelfeldspieler. Also nicht nur, dass die statistischen Werte unserer Mannschaft in der Gesamtheit natürlich runtergegangen sind, weil wir natürlich insgesamt eine deutlich schwächere Saison spielen. Darüber hinaus ist auch Jubecic selber von einem Top 2 Mittelfeldspieler zu einem der schlechtesten zwei Mittelfeldspieler beim FC, statistisch gesehen, geworden. Und das ist sehr, sehr schade, weil ja noch im Sommer hieß, dass er wahrscheinlich zu Wolfsburg oder zu Wolfsburg gehen wollen würde, da wohl um Freigabe gebeten habe, was er aber auf jeden Fall gesagt hat, das Zitat, da erinnere ich mich noch dran, dass er gerne Champions League spielen will. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, Jubecic, der ist mit dem Kopf nicht mehr so richtig beim FC und der will eigentlich weg und das kann ich gar nicht beurteilen. Das will ich auch gar nicht beurteilen, ich kenne ihn ja jetzt nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, nehmen wir mal an, das wäre tatsächlich so. Nehmen wir mal an, irgendwas hindert ihn, irgendwie ist er mit dem Kopf nicht mehr da oder was auch immer. Nehmen wir mal an, das wäre tatsächlich so. Dann könnte ich das aber trotzdem nicht nachvollziehen, weil ja im Sommer die EM ansteht und Österreich ist ja qualifiziert und ich kann mir vorstellen, dass der Junge da auch Bock drauf hat zu spielen. Und das ist ja alles andere als Naturgesetz, dass er nominiert wird. Denn wenn wir uns zurückerinnern, Ralf Rangnick, der Nationaltrainer Österreichs, hat ihn ja in der letzten Länderspielperiode, das müsste November, glaube ich, gewesen sein, hat er ihn ja gar nicht nominiert, als Österreich ja unter anderem gegen uns, gegen Deutschland gespielt hat. Da war Jubecic gar nicht im Kader. Und nicht aufgrund von Verletzungen, sondern aus Leistungsgründen war er nicht dabei. Also das ist jetzt nicht so ein Stein gemeißelt, dass er automatisch dann dabei ist, weil die Österreicher auch mittlerweile ein richtig gutes Team haben, muss man sagen. Und da denke ich mir dann so, eigentlich müsste ja Jubecic aus purem Eigeninteresse, selbst aus purem Eigennutz heraus, ja, alles dafür tun, wieder in seine Form zu kommen. Und wenn er es nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann zumindest so das Gefühl hast, dass er sich in Spiele so reinfrisst, reinarbeitet, reinbeißt irgendwie, ja, mit irgendwelchen anderen Aktionen, Zweikämpfe oder sonstiges. Aber auch dieses Gefühl, das ist von außen natürlich immer schwer zu beurteilen, habe ich so in dieser Saison zumindest noch nicht so gespürt. Ja, und das ist so etwas, was ich irgendwie, was mir so Rätsel aufgibt. Woran liegt das? Weil, wie gesagt, ja die EM auch ansteht, ne, und der will sich dann wahrscheinlich auch für andere Vereine dann präsentieren, ne. Ja, sehr, sehr schade, weil es ein Spieler ist, den ich halt unglaublich gerne mag und den ich auch wirklich sehr, sehr gern gesehen habe, gerade in den ersten zwei Jahren, weil es wirklich ein toller, fantastischer Spieler war, mit Ball gegen den Ball, sehr, sehr vieles mitgebracht hat. Und deswegen ist es halt so schade, dass es jetzt eben irgendwie nicht mehr so läuft bei ihm. Warum auch immer. Naja, das mal dazu. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und dann hören wir uns, ja, morgen, übermorgen, je nachdem, bis neulich. Also dann.